Wir arbeiten seit mehreren Jahren mit der Firma Pistenpulli eng zusammen. In dieser Saison sind sie zum ersten Mal auch als Kopfschwanzer bei uns drauf. Wir sind der Firma sehr dankbar, weil wir sie auch am Stellwürr mit einer eigenen Maschine nutzen können und dort unsere eigenen Kurse bauen können. Leider haben wir heuer kein Glück mit dem Schnee, aber wir hatten die letzten Jahre sehr große Vorteile aus dieser Kooperation. In meinem Fall war es so, dass Pistenpulli in einem Zeitpunkt dazukam, wo es sehr gut lief. Aber man muss sagen, dass die Zusammenarbeit nicht nur auf Erfolg basiert. Ich hatte jetzt zwei sehr, sehr schwierige Jahre. Ein Jahr war ich halb verletzt. Das letzte Jahr mit dem Kreuzbandriss ist eigentlich fast die komplette Saison ausgefallen. Das tut mir als Sportler natürlich sehr gut, einen Partner zu haben, der da so dahinter steht und nicht nur auf Folge sponsert, sondern die Sache an sich. Das letzte Jahr mit dem Kreuzbandriss ist eigentlich fast die komplette Saison. Das ist eigentlich fast die komplette Saison.